Hallo und herzlich willkommen hier aus der Whisky-Destillerie Peter Affenzeller. Wie lange hält mein Whisky? Das ist heute unsere Frage. Wie lange hält mein Whisky? Keine Angst, er kann nicht verderben. Das heißt, wenn ihr einen Whisky geschenkt bekommt und der war vorher schon 10 oder 15 oder 20 Jahre irgendwo in einem Keller, es kann nichts passieren. Das heißt, dieser Whisky einfach eine optische Kontrolle einmal machen, wo er irgendwo ausgerissen ist. Es kann sein, dass Schwebstoffe drinnen sind, die ziehen sich einander an. Das kannst du aber aufschütteln, das ist überhaupt kein Problem. Er kann keine Beeinträchtigungen haben, er hat ja auch Volumsprozent. Wir sind beim Whisky immer über 40 Volumsprozent, durch das kann das Produkt auch gar nicht kippen. Das heißt, Whisky verdirbt nicht, nein, er hält. Ich hoffe, ich konnte hiermit eure Frage beantworten. Ich freue mich auf weitere Fragen einfach hier in den Kommentaren schreiben oder besucht uns einfach unter www.peter-affenzeller.at Und bis dorthin, alles Gute! Ich freue mich auf die Seite! Untertitelung des ZDF, 2020